Hi Guys! Heute ich und meine Schwester gucken, wer schneller Pizza essen kann. Ja! Ja! Und dann, wer gewinnt, dann... Wer verliert, muss am Ende vom Video tanzen. Und wer gewinnen hat, muss nichts machen. Einfach zu dem anderen schauen. Es wäre so lustig sein. Elina! Elina, wer glaubst du gewinnt, ich oder du? Nein. Eva? Elina! Pizza ist da! Jetzt können wir das Challenge machen. Ich wollte es jetzt. Du warst das? Ja. Willst du das? Okay. Nein! Wir haben Apfelsaft und das hier. Das ist hier. Okay, jetzt machen wir das auf. Okay. Okay. Und unsere Challenge ist, wer schneller ein Pizza ist. Nicht vergessen. Hier, Elina. Ey! Bravo! Okay. Okay. Jetzt machen wir die Zeit, Elina. Okay. Das ist hier. 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 Okay. Ich glaube, ich bin hier in der Herzen. Ich habe nichts gewonnen. Das ist hier. Ich habe die Uhr. Ich habe nichts gewonnen. Wir haben ein paar Minuten gedreht. Was ist Elina? Elina wird er vermissen. Was kommt mit Elina? Elina hat mich verloren. Elina? Nein. Ich habe eine Reise verdacht. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Wie sagt du was? Ja, wir haben nicht die Maionese geschehen. Aileen tickt und ich gewinne. 36 Sekunden. Ich werde die Maionese geschehen. Ich werde die Maionese geschehen. Das ist die Maionese. 26 Sekunden. Ich werde die Maionese geschehen. Wir haben die Maionese geschehen. Ich werde die Maionese geschehen. 5 Sekunden. 4. 3. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 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 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 12. 12. Untertitelung des ZDF, 2020